Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute nochmal mit dem ganzen JSON-Thema. Letztes Mal hatten wir uns ja mit Helmut beschäftigt. Das war so ein kleiner Einwurf, den ich einfach mal möglichst am Anfang der Serie geben möchte, so dass eben möglichst viele noch mitbekommen. Jetzt geht's so langsam mal in Richtung API-Development. Und eine API ist ja ein bisschen was anderes wie eine Website. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Denn aktuell handeln wir ja so. Wir schicken einen Aufruf an unseren Server. Das heißt, der Browser, den wir verwenden hier, um genau zu sein, der schickt zum Beispiel einen Get-Request an unsere Root-Seite. Und da kommt zurück eine HTML-Datei oder einfach nur ein HTML-Tag, was auch immer. Es kommt was zurück, was wir dann direkt sehen können. So, das Problem an der Sache ist jetzt, normalerweise wollen wir das ja gar nicht. Normalerweise liefern wir zum Beispiel über Angular oder sowas eine fertige Webseite, die an sich schon eine Applikation ist und die völlig unabhängig von unserem Backend eigentlich funktioniert. Ja, ich kann meine Frontend-Webseite im besten Fall sogar in einem komplett anderen Microservice laufen lassen. Das heißt, ich habe eine Art Trennung meiner API. Ich habe eine Art Trennung von meinem Frontend und meinem Backend. Und dazu braucht man eine API. Also ihr stellt euch das jetzt am besten mal so vor. Das hier, was wir in unserem Frontend, also das, was wirklich der User sehen kann, dieses H1 hier oder auch dieses H1 und so weiter und so fort. Alles, was HTML ist, das liegt in einem völlig anderen Projekt. Das macht eine andere Person. Und da müssen wir uns eigentlich gerade nicht drum kümmern. Was wir machen, ist das Backend. Das heißt, nur das, was auf dem Server festgelegt wird, auf dem Server berechnet wird. Und das liefern wir dann unserem Frontend wieder zurück. So, das heißt aber auch, das Frontend muss über eine Schnittstelle auf unser Backend zurückgreifen. Das heißt, zum Beispiel React muss uns irgendeinen Request senden an unser Backend, an unser Express-Server. Und dort sollen wir dann darauf reagieren. Okay, das bedeutet aber auch für uns, wir wollen ja eigentlich weg von diesem Headern. Wir wollen eigentlich nur Informationen in möglichst knapper Form darstellen oder zurückgeben. Wie das Ganze dann aussieht, da kümmert sich jemand andersrum. Das heißt, sowas hier macht keinen Sinn. Das hier wäre für uns wichtig, das so zu verpacken, dass jeder weiß, das ist der Inhalt des Titels zum Beispiel. Ja, und dazu benutzen wir auch wieder JSON. Das heißt, wir bekommen von dem Frontend JSON als Request, damit wir das möglichst unkompliziert auspacken können. Ihr erinnert euch, hier möglichst einfach den Bob zurückgeben. Und zurück kommt einfach nur, ja, Authentifikation erfolgreich. Das ist alles. Und das Frontend sagt dann, okay, der Kerl heißt Bob, der hat sich da eingeloggt. Wir nehmen das und wir speichern das und wir zeigen das richtig schön an. Und dann holen wir uns noch Informationen vom Backend und zeigen zum Beispiel seinen, I don't know, Kontostand oder sowas an. Aber das sind alles Informationen, die einfach nur zum Beispiel als Kontostand, Doppelpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kommt vom Backend. Und das Frontend animiert dann irgendwelche coole Grafik und so weiter und so fort. Die Informationen, die eigentlich übermittelt werden, die sind relativ dünn gehalten. Nämlich über diese Schnittstelle, über die API. Und wir wollen diese API hier definieren. So, wie machen wir das? Naja, ich habe gerade schon gesagt, wir bekommen den Request als JSON. Das haben wir ja hier schon fertig. Wir wollen jetzt aber auch die Antwort in JSON geben. Wir wollen jetzt eigentlich JSON sprechen. Und das geht relativ simpel, indem wir hier zum Beispiel einfach statt dem hier sagen, wir machen uns mal mit dem Post-Request hier weiter. Ähm, wir sagen hier einfach res.json. Nicht mehr res.send, sondern einfach nur noch res.json. Und damit haben wir quasi schon das, was unsere API braucht. Und hier können wir jetzt reinschreiben, was eigentlich genau gemacht werden soll. Das heißt, hier können wir reinschreiben, ähm, zum Beispiel authenticated Doppelpunkt true. So, und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz angucken hier in Postman. Das ist der Request, den wir vorher geschickt haben, als wir das noch nicht drin stehen hatten. Achtet mal hier auf den Content-Type. Text-slash-HTML steht hier mit Charset-UTF8. Ja, das ist wichtig. Und hier das hier, Hallo-Post-Root steht hier auch noch. Das ist auch noch interessant. Wir können es auch hier in Pretty darstellen oder in Raw oder in Preview oder in Visualize. Äh, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das Ganze wollt. Aber für uns wichtig ist hier diese Text-slash-HTML. Wenn ich jetzt nämlich das Ganze nochmal sende, dann kommt hier plötzlich ein Application.json zurück. Und das ist genau das, was wir hier geschrieben haben. Wir hätten ganz gerne JSON zurückgesendet. Wir bekommen hier den Namen und das Passwort. Und wir geben einfach nur, ja, hat sich authentifiziert zurück. Das sieht dann so aus. Authenticated Doppelpunkt true. Und in Raw sieht das so aus. In Pretty sieht das so aus. Das ist quasi ganz normales JSON-Objekt. Und damit kann ich jetzt auch im Frontend genauso weiterarbeiten, wie ich das im Backend momentan auch mache. Das heißt, ich habe quasi Informationen einfach an meine Frontend-Applikation, an das, was die User dann am Ende auch sehen, weitergeleitet. Und die können halt damit dann arbeiten. Wie man JSON schreibt, das habe ich euch ja schon kurz gesagt. Im Endeffekt alles in geschweifte Klammern. Und dann habt ihr hier Key-Value-Paare. Die können Strings sein, Zahlen sein, Listen sein oder eigene JSON-Objekte. Und ich kann die kombinieren, wie ich möchte. All das macht natürlich jetzt unsere Schnittstelle umso interessanter. In der Schnittstelle wird das dann alles definiert, wie ich dann, wie antworte, auf was für eine Anfrage. Und auch darum kümmern wir uns natürlich noch. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie man dem Frontend antworten kann sozusagen. Und die wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Und dann wird das dann alles Jochen. Weil das dann alles miteinander mal angucken. Vielen Dank.